so freunde willkommen zum krieg seven days hunting gegen b water das letzte duel gegen b water war auch ein sehr schneller krieg den konnten wir gewinnen und im moment sieht es glaube ich auch nicht schlecht aus wir haben noch acht angriffe hier sind es noch 22 wir gucken einfach dass wir mehr als beim letzten mal scoren ja also der letzte krieg mit 118 punkten gegen die dragon zwar scheiße mein letztes ergebnis ich habe nachgeguckt gegen b water war 187 wäre natürlich gut wenn wir das irgendwie verbessern so und wie man sieht es stehen noch drei gegner drauf und zwei davon sind doppelalfrieke das heißt das wird ein heiden spaß werden und ja da haben wir einfach hier da haben wir einfach da wir nehmen weil doppelalfrieke ist nehmen wir loki mit dann das loki team mitnehmen nehmen und dann nehmen wir noch wieder genau wobei möchte ich nicht pack wieder dahin die frage ist ja doch ich nehme lieber den rigat das passt glaube ich besser das tauschen wir tauschen wir auch frida die loki die okay das passt auch warum ich das team nehme frida panther cage können alle den ritter das verspotten da weg machen können auch die die heilung hier wegnehmen in albi auslöst loki hoffen wir dass er in alfrieke kopiert ja oder dann albi macht oder ähm eine er rennt vom see ach mein ey der marsch das wird scheiße ich habe das schon ja es geht so los wie wie ähm der letzte krieg ich kann nichts machen ich kann kein vernünftiges match machen ja das war natürlich jetzt doof aber nicht schlimm wir hauen warte mal wie machen wir das dann hauen wir erst panther ne wir hauen erst cage drauf dann gehen wir dem panther hinterher dann machen wir das so okay ich wollte gerade sagen eine sorge weniger und er kommt direkt wieder ist das nicht ironie also sie löst eh aus okay ich kann noch mit leben noch kann ich mit leben lass loki ich hasse dich ich hasse dich hasse dich warum musste das jetzt sein so jetzt müsste ich eigentlich warten aber ich kann gar nicht ich habe gar keine zeit zu warten ach fuck you ich hasse sehr schnell einfach so abgrundtief ich hasse es so abgrundtief es darf doch nicht wahr sein dass ich nix kriege keine scheiß sechs steine es kann doch nicht wahr sein oder es kann nicht wahr sein dann bringt natürlich das das fiegt da hinten noch wieder den den ritter zurück ach Junge das kannst du ja nicht erzählen ach ich hasse es ich hasse es so abgrundtief ich hasse es ich hasse es so abgrundtief das ist so eine scheiße alter jetzt mal da kannst du ach was soll ich sagen was soll ich so welche Farbe nehmen wir jetzt mit wo wir dann keine Steine dafür kriegen lass dich mal überlegen nehmen wir mal ja komm verlieren wir jetzt mal mit gelb nehmen wir mal gelb mit das team so die sind eigentlich ganz gut ja der Hase und Ureus zusammen ist meistens immer ein One Shot beim Gegner so dann gucken wir jetzt mal wie wir damit verlieren so ja lass uns mal überraschen aha das Ding ist ja das ist ja trotzdem noch nicht gewonnen ja weil solange er da hinten nicht weg ist ist das alles noch nicht geregelt so du gehst drauf mhm ok dann gucken wir mal es ist doch scheiße oder es liegt einfach wirklich daran ob du diese scheiß 6 Steine am Anfang kriegst oder nicht es kann doch nicht kann doch nicht der Sinn eines Spiels sein oder es kann doch nicht der Sinn eines Spiels sein ob ich mit einer mit 6 Steinen meiner Farbe am Anfang starte auf alle 3 Gelbe natürlich natürlich machst du das ja sicherlich ja dieser Modus ne dieser Modus ist der größte Dreck den sie sich je haben einfallen ganz ehrlich jetzt nimmst du mir bei Ariel bestimmt Mana weg alter jetzt mal drauf das kannst du mir nicht erzählen ach mein Gott dieser Modus ist der beschissenste ganz ehrlich ich würde diesen Modus selbst hassen selbst wenn ich hier 6 One Shots machen würde das ist trotzdem so kacke da komm jetzt lass gut sein hier hey Pia was auch immer weg mit dir natürlich klar es ist unfassbar es ist unfassbar weil es so schön war nehmen wir nochmal Doppelalfrieke hier nehmen wir aber mal Gelb mit aber wir nehmen Krampus auch mit der muss das alles aushalten der Typ wir müssen gucken dass wir das schnell ähm killen können deswegen ähm was eigentlich ganz schön funktioniert hat Grasul zum beschützen nochmal ich switche die Teams ja achso ich würde eigentlich mal gucken was in der Flanke steht ok da müssten wir eigentlich mit Lila oder Grün reingehen ok Lila oder Grün mhm Lila oder Grün auch was was schnell geht weiter ist da ein Heiler bei ja schön zwei sogar ok dann können wir das machen was ich gerade vorhabe so dann ist das doch ein Team was vorher schon Bestand hatte weil das passt jetzt eigentlich ganz gut drei Grüne für Ariel Raffaele um uns wieder hoch zu boosten falls irgendwas passiert Krampus der mit der das alles aussieht obwohl eigentlich Doppelalfrieke eigentlich müssen wir da mit Gelb reingehen weinen blauen können ja von mir was bleiben obwohl da müssten eigentlich auch zwei eigentlich muss da muss da Geld mit eigentlich geht da führt da keinen Weg dran vorbei da nehmen wir auch Geld mit hier so mal los hier hoffen wir zu blocken ja ähm Sim kann das clean das ist eigentlich gar nicht mal so doof ich weiß nicht wir könnten noch was können wir noch mitnehmen grünes ja was grünes wollte ich mitnehmen genau ähm vielleicht ein Kingston jawohl Doppelalfrieke selbst wenn sie mit ihren fünf Cubes da trifft äh kommt ja nicht drauf den Schaden an den sie macht sondern einfach welchen Helden sie trifft macht Kingston jetzt nicht so viel Sinn aber die beiden mit ja okay Vivica in dem Boni weg von von Sif wir könnten natürlich auch ansonsten unsere Seeschat mitnehmen oder Seeschat und Rigat würde auch Sinn machen weil der Gegenangriff der wird kommen ganz fest von ausgehen machen wir es doch so anderen Tage ich wusste es ja ich wusste es so ja genau du du sollst mit genau okay so wir brauchen wieder sechs Gelbe oh Basingag sechs Gelbe bitte ach das darf doch nicht wahr sein das darf doch nicht wahr sein das kann nicht dein Ernst sein ja mal ganz ehrlich ich brauche ich brauche sechs Gelbe und ich kriege fünf auf dem ganzen Feld verteilt die beiden sehe ich bringt mir aber im Moment noch gar nichts ja was soll ich machen mal ganz ehrlich hier komm leck mich darf einfach nicht wahr sein immer gut immerhin auf zwei aber ich kriege halt nichts ich kriege halt nichts das darf doch nicht wahr sein ach komm schon das ist so ein Scheißspiel ja natürlich natürlich kommt da jetzt die dicke Kombo noch hinterher ich hasse ich hasse es bravo ganz großes Kino oh man ey komm Vivica geh drauf das kannst du mir doch nicht erzählen oder weißt du das Ding ist ja die Defensive ist ja in Ordnung aber warum warum kriege ich nicht diese verfickten Scheiß-Sechsteine ich doppelte zweimal sechs natürlich das ist ja Drecksspiel einfach so oh jungen weißt du so lange so habe ich mich schon lange nicht mehr da war ja selbst der Krieg noch davor gegen gegen die Dragons war ja noch nicht mal so schlimm aber hier das regt mich wieder richtig auf regt mich wieder richtig auf Kackspiel du kannst da nichts schönreden du kannst wirklich du kannst bei diesem Modus nichts schönreden aber dann kannst du mir sagen was du willst was willst du hier bei diesem Modus schönreden keine Chance null Chance da irgendwas zu machen es darf nicht wahr sein oder es darf einfach nicht wahr sein naja geil ja 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 alle drei gelbe natürlich alle drei gelben warum auch nicht warum auch nicht Arschling warum macht dieses Spiel null Sinn null Sinn und null Spaß das Ding ist ja immer nur die Mutter ist ja immer nur ja das ist ja das große Problem was ich habe aber wo wo sind wo sind die gelben das Problem ist jetzt jeder den sie wieder bringen den heilt sie okay ach ich wusste das Junge natürlich natürlich bringt sie beide Alphiekes wieder warum auch nicht warum ausrechnen beide Alphiekes beide warum beide da das ist so ein Scheiß sagen was er will was ist an diesem Modus toll was ist an diesem gottverdammten Modus toll ich kriege einfach nichts ja ich habe beinahe mein Mikro in den Monitor geplückt ey ohne Witz das darf nicht warum spiele ich diese scheiße überhaupt noch um ne ne ich nein also ganz ehrlich das ist so ein so ein Scheiß abkommt tief wo ist denn overmind der wollte eigentlich noch ein clean haben jetzt ist er offline ja geil was pein das ist so ein schweiß das ist so ein wenn ihr das ist so ein dummer ist so ein also es gibt nichts in diesem Spiel wo ich aufhören würde aber dieser sehr schnelle Modus das einzige wo ich sagen würde komm, fick dich, wirklich ganz ehrlich ist nicht wie doof kann denn ein Spiel sein dass du auf 6 Steine reduziert wirst und wenn du die nicht kriegst das kann ja nicht angehen, mal ganz ehrlich wo ist da der Sinn das gebe ich mir noch auf für ein 3er Team gleich ich versuche jetzt still zu sein es werden immer die gleichen Worte rauskommen zu diesem Modus deswegen nicht wundern ich bin jetzt still bis zum nächsten Mal Vielen Dank. Es ist einfach nur traurig, ja? Es ist einfach nur traurig. Ich habe jetzt noch das rote Team. Ich sehe irgendwo was mit... Ja, hier ist doppelgrün. Ach, hier geht es ja noch weiter. Ein grüner Tank? Sehr witzig. Daherin, ja. Weil sechs Steine kriegen ist ja gut. Die Frage ist, kriegen wir sie? Das ist immer das große Rätsel. Ja? Eigentlich könnte ich auch Mono spielen. Ganz ehrlich. Genau so eine Lotterie. Da ist eine Lotterie, ob ich sechs Steine von der Farbe kriege oder von der. Ist da irgendwas Gelbes mit bei? Okay, bringt mir meine Ursäne an nichts. Grün. Ja, wir versuchen schnell zu killen. Ganz einfach. Ja. Ich bin aber froh, wenn das hier vorbei ist. Also diese Kriege, die killen einfach so extrem den Spielspaß. Das ist nicht mehr normal. Warum? Was habe ich getan, dass ich solche Scheiße kriege? Das kannst du mir nicht erzählen. Das kannst du mir nicht erzählen. Weißt du, ich sehe Leute, die machen da, die kriegen das Board und haben da was weiß ich wie viele Sachen in ihrer Farbe. Und ich, ich komme da hin und habe gar nichts. Ich habe gar nichts. Weißt du? Da frage ich mich auch, was soll das? Ja, jetzt kriege ich Diamanten. Geil. Geil. Ja, komm, laden wir sie jetzt alle auf. Komm. Machen wir das. Warum auch nicht? Hier, komm. Zeig mir, was du kannst, Asla und Quintus. Ja, genau. Alle Farben kommen. Alle Farben kommen. Nur nicht die, die ich brauche. Alter, wie viele Minions sind denn da jetzt bitte? Wie soll ich da jemals ein Special laden? Ich bringe dich ja machen. Und ich rufe für die? Wie soll ich sehr merchen. Hast du ja snapping in das Spiel? Ciao